Und auf einmal, warm, gehen die Lichter an. Lambi redet sich die Welt, wie die, wie die, wie sie ihm gebellt. Ja, Meisterin, ich tanze den Chacha so, wie du möchtest. Eine Frage, die ich ganz oft bekomme, ist, dass ihr wissen wollt, wie schaut so eine komplette Let's Dance Week aus? Schawung, 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 ich wünsche mir schawung. Oh, wow, ich habe den Tanz angeschaut, ich war die ganze Zeit so angespannt und dachte mir so, nein, zieh die Handbremse und drück auch noch auf die Bremse. Scheibenbremse, Handbremse, alle bremsen. Wie so ein armes Reh, das aus dem Wald heraus spaziert kommt und seine Mama sucht. Ja, oh, oh. Let's talk about Dance. Exklusive Einblicke, packende Hintergrund-Stories zur aktuellen Let's Dance Staffel. Spannende Gäste. Der Podcast mit Profitänzer Christian Polanz. Let's talk. Herzlich willkommen. Let's talk about Dance. Wir sind schon in der vierten Folge mit Show 3. Und was soll ich sagen? Hot, hotter und unsere Ladies in dieser Show. Oh, meine Fresse. Also, meine Herren der Schöpfung, da gab es einiges zu gucken. Natürlich für die Damen auch, ja. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Aber ich muss sagen, ich glaube, das Thema der gesamten Sendung war schon so ein bisschen, lass uns mal ein bisschen Hotness auspacken und richtig schön mal in die Vollen hauen. Ja, wir sind ja jetzt ein paar Wochen schon auf Sendung. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Die Zuschauer, nicht, dass sie jetzt irgendwie mal so kurz einschlafen oder so. Bam! Gibt es eine links und eine rechts. Und das fing schon beim Opening an, würde ich mal sagen. Ja, mit einem ganz tollen Tango Argentino-Trio-Tanz sozusagen. Aber Trio im Sinne von, dass es drei Paare waren. Und ja, ich fand es super. Ich fand es sehr stimmungsvoll. Ich mag es ja auch, wenn es nicht immer nur so bam, bam, bam die Show eröffnet wird. Und dementsprechend, muss ich wirklich sagen, fand ich super nice. Wir haben letztes Jahr ja auch mal ein Opening gehabt. Das war letztes Jahr mein persönliches Lieblings-Opening, war das Pasodobel-Opening. Und das ist auch so, weniger Paare auf der Fläche gewesen. Dafür wirklich der Tanz konzentriert, diese Stimmung. Und das hat mir jetzt dieses Mal auch wieder sehr gut gefallen. Und natürlich auch sehr sexy auch gewesen. Dass ich sage, jo, da möchte ich gern mehr davon haben. Aber ja, auch die tollen Openings mit, es kracht links, es kracht rechts. Muss ja auch mal sein, ja. Dementsprechend interessant fand ich aber auch wiederum, dass man jetzt gesehen hat, so ein paar Dinge, die das neue Studio möglich macht und die davor nicht so einfach möglich waren. Zum Beispiel, wir haben diese drei Aufhängungspunkte, das habt ihr gesehen. Da sind dann diese runden Fransen-Vorhänge drin gewesen, wo sie sich dann zum Schluss noch fast verheddert hätten beim Opening, glaube ich. Aber fand ich sehr cool. Und ja, das ist einer der Vorteile, weil ich bin, wenn ich ehrlich bin, immer noch nicht so ganz sicher, wie ich das Studio jetzt finde oder nicht. Ja, ich glaube, ich, aber gut, 15 Jahre lang rot, überall rot, ja. Und dann, ja, also keine Ahnung, ich überlege nochmal. Wir reden mal am Ende der Staffel, glaube ich, nochmal drüber, ob ich mich jetzt an diesen neuen Look mit Gold und so ein bisschen mehr, ja, so 20er, 30er Flair oder so, ob ich mich da dran gewöhnt habe oder nicht. Aber, egal, ob ich mich dran gewöhnt habe oder nicht, ein paar, an das wir uns ja leider auch nicht mehr lang gewöhnen konnten oder nicht mehr gewöhnen müssen, sind Eva und Paul, die die Show gestartet haben. Und ich muss sagen, mit einem Quick-Step, ich fand, sie hat es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Ich finde, das, was sie auszeichnet ist, war immer so eine Natürlichkeit, ja. Und das hat mir gefallen. Sie war jetzt auch eine von den Kandidatinnen bisher, die jetzt nicht halt eben so laut nach außen aufgefallen sind durch irgendwelche besonderen extrovertierten Dinge, was, kleiner Spoiler, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Krux an der Geschichte war, zusammen mit Paul. Die waren beide sehr nett und auch sehr sympathisch, wie sie rübergekommen sind. Aber, ja, halt, die Ecken und Kanten sind es, die das Leben ausmachen. Und wie gesagt, positiv für mich in dem Quick-Step war auf alle Fälle, dass ich fand, sie hat eine schöne, natürliche Ausstrahlung gehabt. Sie haben wirklich viel getanzt. Das muss man denen wirklich zugutehalten. Es war auch eine Choreo, die, finde ich, viel drin hatte. Auch schon ein paar schwierigere Elemente als ein paar andere. Aber schwierige Choreo hat dann eben auch zur Folge, dass man die natürlich auch gut tanzen muss. Und dementsprechend, da hat es ein bisschen gehapert. Es waren bei ihr leider öfters zu sehen gewesen immer viele Fehler. Ja, so immer mal ein kleiner Fehlerchen hier, kleines Fehlerchen da. Es war das Becken und der Oberkörper immer noch ein bisschen zu inaktiv auch. Und gerade auch die Armspannung, das hat man eben dann in der Haltung auch gesehen, dass das war nicht konsistent. Da ist ein bisschen rumgeschlabbert. Und ja, deswegen, ich finde, es war eine ordentliche Leistung. Es war aber jetzt eben gerade im Anbetracht dessen, dass sie sich natürlich in dieser Konkurrenz und auch schon letztes Mal so ein bisschen abstiegsgefährdet waren, ja, war es wahrscheinlich eben nicht genug. Was mir leid tut für beide, weil ich glaube, sie hätte schon Potenzial gehabt. Aber ja, das ist am Anfang so. Es ist so ein bisschen das Rennen. Manche haben ein paar Shows schon Frist, vielleicht auch aufgrund von einem bekannteren Profi. Aber wenn du das dann nicht nutzen kannst, irgendwann, quick, aus. Und so war es jetzt auch ein bisschen jäh, weil ich denke mal, es hätte natürlich eine Entscheidung zwischen einem Paar geben können. Aber alles in allem für mich auch in Ordnung. Dann Jana und Wadin. Ich muss sagen, ja, hier meine Notizen. Was habe ich denn da im Hintergrund? Dann seht ihr irgendwelche anderen Dinge. Meine Schmierzettel-Notizen. Ja, weil das muss ja alles dokumentiert werden, was da in so einer Sendung passiert, weil es passiert ja auch sehr viel. Und Jana und Wadin mit ihrem Slowfox, der erste Slowfox der Show. Und ich muss sagen, dass ich immer noch was vergessen habe, bevor wir nämlich zu Jana und Wadin mit ihrem tollen Slowfox kommen. Aber hey, es ist ja, weißt du, ich muss mich immer umgewöhnen. Bin ich allein? Bin ich zu zweit? Bin ich, sitze ich auf dem Klo, während ich die Show mache? Oder bin ich jetzt hier? Na gut, es war meistens hier. Ich gebe es ja zu. Aber Eva und Paul haben bekommen 5-5-2 von der Jury. Zwei fand ich vielleicht schon ein bisschen hart. Aber ich wäre, muss ich auch sagen, ungefähr bei vier Punkte. Für mich bei Eva und Paul. Ja. Aber bringt ihnen jetzt auch nichts mehr. So, also nun endlich aber mal zum Slowfox, zu Jana und Wadin. Ich fand wirklich, das war ein schönes Feeling, was die beiden gehabt haben. Aber natürlich vor allem von Jana. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich bei Jana das so ein bisschen noch nicht so greifen konnte, dass sie mir ein bisschen mehr Gefühl, und mit Gefühl meine ich jetzt nicht Gesichtsakrobatik, sondern ich meine wirklich, ja, das Körpergefühl, so ein bisschen weichere Bewegungen haben. Und ich muss sagen, das hat sie wirklich schon viel besser gemacht als noch zuvor. Und ich fand ihre Haltung, wenn auch noch nicht perfekt, war aber schon sehr, sehr konstant. Ihre Solo-Parts haben mir super gut gefallen. Und ich habe einfach, ich finde es toll, weil ich sehe wirklich bei ihr zusammen mit Vadim, der hier auch wahrscheinlich einen guten Job macht, ja, man sieht ja nur sehr wenig davon, was da tatsächlich passiert, dass sie wirklich eine gute, positive Entwicklung hat. Und ich glaube, Jana ist schon eine der Kandidatinnen, die das Potenzial auch haben von den Frauen, ja, weiterzukommen. Mann, Jana, weiter tanzen. Ja, weiter tanzen ist immer gut. Gut, aber beim nächsten Mal bitte mit mehr Schwung. Ich finde, das ist eine Sache, die mir, ich weiß nicht, ob das im Fernsehen einfach immer so rüberkommt, ja, ich bin ja auch ein Fernsehzuschauer-Neuling, was das betrifft, aber ich glaube, mir fehlt bei den allermeisten dieses Gefühl von Schwung. Also einfach dieses, ja, Lambi würde wahrscheinlich sagen, der Druck von den Füßen, ja, aber letztendlich einfach das Gefühl wirklich zu sehen, wie eben eine Schwungbewegung ausläuft. Das hat einen Flow auch in sich, den sehe ich irgendwie nicht. Das sieht oft mehr noch nach den Schritten aus als nach der Bewegung, die mir zum Beispiel im Standardtanzen viel wichtiger sind als die einzelnen Schritte. Und es war noch immer nicht ganz konsistent. Aber, hey, wir sind ja auch noch nicht mal in der Mitte der Show angelangt, dementsprechend. Fand ich das aber schön. Ich fand, die haben das wirklich toll gemacht. Von der Jury gab es sieben, sieben und fünf Punkte. Und von mir, wie soll es auch anders sein, gibt es alles, was dazwischen liegt, nämlich sechs Punkte. Ja, also besser als Durchschnitt, also eigentlich schon eine wirklich ordentliche Leistung, fand ich wirklich cool. Aber einen Ticken besser hat mir tatsächlich diese Woche ein gewisser Mr. Mark Keller mit seiner Cutring gefallen. Also erstmal schon, die hatten ihren Tango Argentino. Ich muss sagen, ich war echt überrascht vom Mark. Ja, war wieder so ein bisschen der Krumme. Das war jetzt beim Tango Argentino, hat es mich nicht ganz so gestört. Und die Schultern waren auch noch immer sehr weit verkrampft. Und so ein bisschen, der hat immer so ein bisschen die Schultern dann auch so ein bisschen nach vorne und dann halt seinen Kopf nach vorne. Das muss natürlich, da muss er echt dran arbeiten. Da müssen wir ihm einmal den Kopf runterreißen und wieder neu draufschrauben oder so. Und ja, und insgesamt, ich würde mir von Mark einfach auch mal wünschen, dass neben diesem James Bond, harter Kerl und was ja auch wirklich cool ausschaut, dass da ein paar weiche Momente mal ein bisschen mit reinkommen. Weil auch ein Tango Argentino hätte schon das Potenzial, ein bisschen auch, wie gesagt, den Wechsel zu haben zwischen weich und wirklich sehr stark. Aber, ja, der Mark, der hat einfach ein geiles Feeling so für diesen Charakteristiken. Vielleicht hat er bis jetzt auch lauter Tänze gehabt, die das auch sehr gut, sag ich mal, die sehr gut zu ihm gepasst haben. Aber ich fand schon, es ist einfach eine coole Wurst. Ja, Mark ist eine coole Wurst. Der bringt es einfach auch rüber, dass ich sage, jo, ich kaufe dir das ab. Du bist jetzt hier gerade der Typ, der durch diese Tür von einer Buenos Aireschen, Buenos Aireschen, sagt man das? Ich sage es mal anders, von einer Bar in Buenos Aires. Kommt und dann sich die Katrin schnappt, ja. Wo es ja jetzt im Nachhinein, gab es ja schon einen Bildskandal, ja. Ob das nicht ein bisschen zugewagt wäre. Naja gut, sie hat halt eine Hautfarben im Body drunter gehabt. Und wenn man dann natürlich im umgekehrten Spagat rumturnt, ja, dann sieht es halt so aus. Mein Gott, Leute, wir sind doch beim Tanzen. Das ist Kunst, ja. Das darf man nicht so ernst nehmen. Ich finde, aber wenn wir schon bei Spagat und Co. sind, ich fand, es war eine coole Choreo von Katrin. War schon sehr gewagt und risky. Also ich glaube, da waren viele Dinge dabei, die auch schon hätten schief gehen können. Und deshalb, hey, alle Achtung, Mark. Du bist quasi deinen, hast deinen Mann gestanden. Von daher fand ich das echt Respekt dafür, dass man das auch so durchzieht. Er hatte in diesen Tango Argentino-Teilen, hat er auch wirklich schon echt gute Aktionen gehabt. Schnelle Füße. Ich finde, er hat so, das haben nicht viele. Er kann dann auch mal wirklich sehr schnell und punktuiert eben, ja, eine Position einnehmen. Hat da eine große Geschwindigkeit schon. Das fand ich ganz cool. Also insgesamt, hey, die Kurve von Mark und Katrin geht nach oben. Mir hat es echt gut gefallen. Für mich mit einer der stärkeren Tänze auf alle Fälle des Abends. Von der Jury gab es 7,75 und von mir, muss ich sagen, gibt es dafür auch sieben Punkte. Gehe ich mit Jorge Omozi, würde ich mal sagen. So, kommen wir zur nächsten Dame in dieser Riege. Und zwar die einzige Samba dieser Show und auch die erste Samba dieser Show. Ich meine, aber da könnte ich mich auch täuschen, dass Scholt letztes Jahr mit Julia auch die erste Samba getanzt hat. Oder war das nicht die erste Samba? Nee, ich glaube, ich habe die erste Samba getanzt. Mit Sharon. Naja, egal. Jedenfalls war es die einzige Samba an diesem Abend. Und ja, was soll ich sagen? Samba ist am Start und da war sie wieder zuverlässig wie das Schweizer Uhrwerk. Die Samba-Hose, da war sie wieder, die der Lina auch wirklich gut gestanden hat. Aber ja, es ist immer wieder amüsant. Warum macht man denn diese Samba-Hose? Ist natürlich gerade beim Tanz wie Samba, wo man die Knie beugen muss und wieder strecken muss. Da guckt man halt vor allem als Dame, da sind wir wieder bei den Gardinen, bei den Herren und bei den Damen halt ohne, schaut man halt ganz schnell mal aus, als würde man sich zum Pinkeln im Walde bücken. Das könnte so eine Hose eben schön kaschieren. Das heißt, da kommt einfach mehr Bewegung. Man ist nicht so auf diese Kniebeugung fokussiert, die man einfach wirklich sehr, sehr schwer schön ausschauen lassen kann. Ich fand super stark bei Lina ihre freien Passagen. Ich fand, sie hat wirklich, trotzdem, dass sie in den Einspielern immer sehr, sehr schüchtern und sehr so unbeholfen wirkt. Wo man sich immer denkt so, hä? Ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das alles rafft oder so, weil sie dann immer so, wie so ein armes Reh, das aus dem Wald heraus spaziert kommt und seine Mama sucht. Und auf einmal, bam, gehen die Lichter an und diese Lina sah top aus und hat eine tolle Ausstrahlung gehabt. Ich muss sagen, es war auch viel Samba, es waren viele Samba-Aktionen drin. Es war mir vielleicht auch ein bisschen zu viel Geschüttel dazwischen. Und was man dann eben auch bei dem Geschüttel sieht, ist ja ihr Oberkörper. Oberkörper muss ein bisschen mehr, ja, da muss ein bisschen mehr Bewegung rein. Aber gut, da ist sie nicht der Einzige. Und eine Sache, die mir bei ein paar Kandidaten auffällt, die, ja, irgendwie ist es dieses Jahr, fällt mir das besonders auf. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach einen anderen Blick jetzt drauf habe. Aber die Füße, die Fußbenutzung ist teilweise echt ein Problem, wenn man beim Latein und beim Standard, egal was, wenn du die Füße einfach immer flach, platt quasi mit dem ganzen Fuß aufsetzt und auch nicht von diesem flachen Fuß dich abdrückst mit deinen Fußgelenken oder gerade in der Samba auch ganz wichtig, dass die Füße erst wirklich mit dem Ballen den Boden berühren und dann quasi man fast wie in so ein Luftkissen in den Boden hineinarbeitet, während die Knie sich dann beugen und wieder strecken, ist es wirklich, dann sieht es immer so aus wie Plattfuß am Nil, ja. Das ist halt einfach, ja, wie als würde irgendwas, irgend so ein, ja, wenn euch so eine Handel runterfällt, ja, so, und dann liegt die halt da unten und dann sieht es schwer aus. Es ist jetzt nicht, dass das bei Lina so extrem war, aber ich will euch nur die Idee geben, was mich da so gestört hat, ja. Also diese Platschefüße, Pitschepatsche machen es schwer, Dynamik zu produzieren und natürlich auch die Füße in einem schönen Licht, ja, einfach strahlen zu lassen. Und dementsprechend ist das was, wo einige Kandidaten, aber auch die Lina wirklich arbeiten muss. Und das war eben auch das, was mir dann aufgefallen ist in der Gesamtkonstellation. Es ist ja immer schwierig, über den Fernseher das genau anzuschauen, ja. Genau zu sehen hat sie jetzt überall die perfekte Fußtechnik gemacht, weil das kann keiner, der am Fernsehen zuschaut, wirklich beurteilen. Aber es war halt noch sehr, sehr unterschiedlich in der Qualität. Da waren wirklich Passagen drin, wo ich mir gedacht habe, wow, das war wirklich toll. Und dann eben, ja, nicht so toll. Und da fand ich auch super, bei der Bewertung von Lina und Scholt gab es dann wieder eine Lambi-Erklärung, weil auf der einen Seite, ja, man nicht von Woche zu Woche das Ganze, also dass man die, wie man in der letzten Woche getanzt hat, dann eben nicht in diese Woche mit reinnehmen muss, sondern jede Woche ist gleich. Aber dann hat er sich ja doch irgendwie wieder so ein bisschen widersprochen. Ich habe mir die Sendung zusammen mit Freunden diesmal angeschaut und da haben wir einen Spruch, ist uns da quasi über die Lippen gekommen. Ich lese euch den mal vor. Lambi redet sich die Welt, wie die, wie die, wie sie ihm gefällt. Einfach nur, Mensch, Joachim. Ja, also es ist fünf Minuten vorher sagt er so, dann sagt er so, dann war er schon sehr unter Beschuss und dann hat er da versucht, sich wieder rauszureden. Aber zu seiner Verteidigung, ich muss sagen, ich sehe es ja genauso. Mir ist es kurz, piep, egal, wie jemand in der letzten Woche getanzt hat und mir ist es auch kurz, piep, egal in dieser Sendung, wie jemand nächste Woche tanzt. Ich will das sehen, was er diese Woche macht und wenn ich das geil finde, dann finde ich es geil und wenn ich es kacke finde, dann finde ich es kacke. Und das sind so ein bisschen diese Sachen, weil man, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber man hört es ja immer wieder so, ja, und wenn dann die nächsten Tänze kommen, dann ist das dann, oder mach dies oder jenes besser. Das sind oft Dinge, wo ich mir denke, ja, aber Cha-Cha ist vorbei jetzt, kommt nicht mehr. Dann sind oft die Sachen, die ich, also zumindest war das oft mein Gefühl, die ich dann so bekommen habe, denke ich mir, okay, was mache ich aber jetzt da draus in diesem Sinne, dass, wie kann ich das Ganze transportieren in eine vernünftige Trainingsidee aus diesem Juryurteil für mich in den nächsten Wochen. Ja, war ein komplizierter Satz, aber ich glaube, ihr konntet mir folgen soweit. Also, was zur Hölle wollt ihr mir sagen, dass ich besser machen muss in der Zukunft? Ja, das war es nochmal auf den Punkt gebracht. Ja, das ist oft schwierig. Also, ich bin oft weggegangen von diesem Juryurteil unten und dachte mir so, hm, ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Übrigens, keine Ahnung auch, ist wirklich eine gute Überleitung, finde ich, zu, was zur Hölle war das auf dem Kopf von Jorge? Das hat schon, es hatte irgendwie was, es hatte irgendwie was Sakrales schon fast. Irgendwie so ein, ich weiß auch nicht, irgendein Ständer, wo irgendwelche Banner oder sowas runter wehen oder, also, wow. Ich denke wirklich, ich denke mir dann, Wahnsinn, auf was die, welche Ideen die kommen. Ja, vor allem, ich stelle mir dann immer vor, wie ist diese Frisur entstanden? Was ist da alles drin? Ist da irgendwie, haben die da irgendwie so einen Zollstock reingestemmt in dieses Ding? Wie wird das Ganze befestigt? Ist da, sind da irgendwelche, also ich weiß, eine meiner Tanzpartnerinnen hat früher immer mit Perücke getanzt, weil der die selber immer so geschwitzt hat und sie offene Haare haben wollte beim Turnier, das ist so eine Bob-Frisur und das konnte sie mit ihren eigenen Haaren nie machen. Und dementsprechend, damit sie nicht irgendwie nach, ja, nach zwei Tänzen schon ausschaut, wie so ein begossener Pudel, hat sie das halt mit einer Perücke gemacht. Und dann hat sie sich da drunter immer so einen Turban aus dem Mullbinden gemacht, ja, und damit es diese Perücke dann auch besser hält, ja, aber es gab natürlich trotzdem eines Tages mal den Super-GAU bei einem der größten Turniere weltweit, bei der German Open, haben wir eine Samba getanzt und dann hatten wir so eine Figur, wo wir so reingegangen sind, die Dame erst vorne runter und dann fahrt hinten hoch und dann ist diese Perücke, saß sie halt dann irgendwann ganz hinten und ich weiß noch, meine ganzen Trainer, die saßen alle in der ersten Reihe und haben sich schon weggeschmissen und dann, und ich gucke zu meiner Partnerin und so, oh, und sie, und zack, und reißt sich die Perücke wieder nach vorne runter und schaut mich so an und so, mach weiter! Ja, und ich, ich konnte nicht, ich war so perplex, ich war so perplex, dann schaue ich da rüber zu meinen Trainern und die, der, mein, mein bester Coach, ja, der Holger Nietzsche, der, der liegt schon halber am Boden und ich denke mir so, nein! Und sie so, jetzt mach weiter! Und ich so, okay, Samba-Rolle! Ja, und dann sind wir in die Samba-Rolle eingestiegen und es war, als wäre nie was anderes gewesen. Ja, und sie hatte davor schon immer gesagt, so, ja, irgendwie, ah, meine Perücke fühlt sich heute nicht so gut an. Ja, ich kann mir vorstellen, Horre mit dieser Samba-Rolle, eigentlich würde ich es gerne mal sehen, wie diese ganzen, diese ganzen Peitschendinger, die er da gehabt hat, aber crazy. Also, immer wieder eine, eine besondere Show, die da geboten wird. Und, besondere Show, ja, ich muss sagen, so besonders fand ich tatsächlich diese Woche die nächste Show nicht. Leider, muss ich wirklich sagen, weil ich das Paar an sich sehr gerne mag und die Rede ist von Lulu und Massimo. So, mit ihrem Quick-Step. Tja, ich finde, die sind mit der Wertung diese Woche, um es schon mal klein ein bisschen vorweg zu nehmen, ein bisschen gut rausgekommen, war leider nicht ihr Tanz. Obwohl ich sehen kann, dass alles da wäre, was man braucht, aber war insgesamt nicht so ihr Tanz. Ich fand sie super cool in den Solo-Parts, hat auch, glaube ich, die Jury auch so gesagt. Sie hat einfach eine tolle Ausstrahlung und das liegt jetzt nicht, weil sie einfach eine gute Figur hat oder vielleicht die guten Genie ihr gegeben sind, sondern ich finde sie, sie ist sehr positiv und das gefällt mir, dass sie da auch trotzdem, dass es nicht so geklappt hat, war es oben so, hey, schau einfach nicht hin. Ich habe hier eine gute Zeit. Ja, das habe ich ja auch abgekauft, aber ich habe natürlich trotzdem hingeschaut. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, dass leider die Haltung nicht sehr gut war, vor allem ihre Schultern. Das hat man gesehen, in den Armen war noch einigermaßen alles okay, aber dann sind, wenn die Schultern quasi nach oben gehen, dann sind so beide Schultern. Das sieht man natürlich gerade auch mit dem nackten Schulterbereich, sieht man das natürlich extrem. Und sie hat da eigentlich auch Muckis, habe ich gesehen, ja. Aber man sieht dann eben auch, wie das so angespannt ist und verspannt ist. Da braucht sie auf alle Fälle noch ein anderes Gefühl auch dafür, wie man in, ja, wie überhaupt so eine Standardhaltung, wie sich das anfühlen muss. Auch hier muss ich den Schwung wieder ein bisschen, ja, ich habe es jetzt ja schon tausendmal gesagt, Schawung, 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 ich wünsche mir Schawung. Ja, bitte Leute, gebt ein bisschen mehr. Ich brauche dieses Gefühl, sonst kommt es bei mir irgendwie nicht an. Ja, und obwohl ich finde, dass sie so die Füße in weiten Teilen schon recht ordentlich gemacht hat, waren halt manchmal die Fußpositionen. Und das ist eigentlich was, was mir letztes Mal in der Rumba ganz gut gefallen hat, nämlich die Positionen von den Füßen. Da fand ich diesmal oft Positionen nicht so, aber die Bewegung fand ich von den Füßen schon besser. Ja. Und jetzt, wenn der Po noch ungefähr 20 Zentimeter nach vorne kommt, ja, also immer ran an die Boletten, ran an den Partner mit deinem Po, und dann funktioniert das auf alle Fälle auch besser. Also wie gesagt, das Potenzial wäre schon da. War dieses Mal leider ein bisschen, ja, enttäuscht von der Performance. Von der Jury gab es 6, 6, 4. Und ich muss sagen, ich sage es ja nicht oft, aber ich wäre hier bei Meister Lambi mit 4 Punkten. Sorry. Es fühlt sich nicht schön an, diese 4 Punkte gegeben zu haben, aber so habe ich es gesehen. Ja. Aber von einer Enttäuschung zu einer weiteren positiven Überraschung für mich, und zwar mit Björn und Marta. und dem Scha-Scha-Scha. Da muss ich gleich mal vorwegwerfen. Vorwegwerfen? Vorausschicken? Wie auch immer. Marta, wieso weißt du nicht, woher der Name Cha-Cha-Cha kommt? Du tanzt schon seit Jahrzehnten Cha-Cha-Cha. Du musst doch wissen, woher der Name kommt. Natürlich kommt es von der Schlurfbewegung, von diesen Pantoffeln. Cha-Cha-Cha. Wo die Mamas in der Küche mit ihren Pantoffelchen in Cha-Cha-Cha getanzt haben, während sie halt irgendwie gute kreolische Spezialitäten zubereitet haben. So. Hätten wir das auch. Also ein bisschen nachholen, ein bisschen Tanzgeschichte nachholen, ja, an Marta an dieser Stelle. Aber das hat sie wieder weggemacht. Sie hat auch wieder top ausgesehen, muss man wirklich sagen. Also unsere Ladies waren eh, also durch die Bank weg. Ich muss sagen, wirklich gut ausgesehen, auch tolle Ausstrahlung. Und ich muss sagen, Björn, ich habe mir erst gedacht, ui, 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 der Cha-Cha-Cha, was wird das wohl werden? Weil Cha-Cha ist schon so Make-it-or-Break-it-Tanz. Und ich muss sagen, er war super sicher. Das ist bei ihm was, was mir wirklich sehr, sehr positiv auffällt. Ich habe bei ihm nie das Gefühl, kriegt er das hin? Vergisst er was? Oder so. Nee, der ist da drin, der zieht sein Ding durch. Und das finde ich echt, fand ich wirklich top. Ich finde auch, die haben viel getanzt, viele verschiedene Aktionen, war voll drin. Ja, ich habe ihm den Cha-Cha-Typi, der hier seine Chica abcheckt, auch abgekauft. Fand ich wirklich toll. Bei ihm ist auch das Problem, um da mal auch zu den negativen Seiten zu kommen, dass er seinen Kopf permanent vorne hat. Das macht ihn immer irgendwie so kleiner oder so ein bisschen so wie so ein, so als würde er vor irgendwas kuschen. Ja, Meisterin, ich tanze den Cha-Cha so wie du möchtest, große Martha. Nein, Mann, stell dich aufrecht hin. Das heißt nicht, nicht das Gegenteil jetzt davon machen, aber wirklich die Wirbelsäule lang machen. Das Gefühl, was man beim Tanzen eigentlich braucht, ist nicht. Man hört ja oft immer so von Grundspannung. Und dann höre ich von, das ist eine Frage, die ich vielen Tänzern immer gerne stelle, auch Hobby-Tänzern, wenn die dann sagen, ja, sagt mir doch mal, wir alle, ihr wisst, dass wir Grundspannung, Körperspannung brauchen, aber was bedeutet denn das? Und dann sagen die, ja, Brust raus, Arsch rein und was weiß ich. Und dann denke ich mir, ja, okay, aber wie willst du dich damit jetzt bewegen? und außerdem schaust du dann aus wie so ein Gockel auf der Balz, ja, der irgendwie versucht, irgendwas zu machen. Nein, am besten, ihr könnt euch selber versuchen, wenn ihr euch hinter die Ohren quasi greift und versucht euch hier hinter den Ohren, an diesen zwei Knochen, wo quasi hier hinter dem Ohr sind, wenn ihr euch da nach oben zieht, das ist im Prinzip so ein bisschen dieses Gefühl, was man haben muss, während die Schultern gleichzeitig nach unten gehen und dann hat man eben nicht das Gefühl, dass das Kinn nach oben geht, aber auch nicht das Gefühl, dass man irgendwie versucht, seinen Nacken da hinten nach vorne zu strecken und das ist eben dieses Gefühl, man hat dann schon eher den Kopf so, dass er nicht eben nach vorne oder nach hinten kippt und das braucht man, ja, also nur schon mal kleiner Tipp und für euch auch zu Hause, wenn ihr euch im Büro hinsetzt, ja, nicht versuchen, das zu machen oder das, sondern Wirbelsäule langziehen, könnt ihr euch immer hinter den Ohren einmal, einmal hinter den Ohren ziehen, naja, wie auch immer, aber, wie gesagt, ich glaube, der Kopf war deswegen vorne, weil Björn so ein bisschen ein Problem hat mit dem Gewicht, das oft gerne mal hinten ist und als Kompensation von einem Gewicht, das hinten ist, schiebt man natürlich gerne mal seinen Kopf nach vorne, damit es einen halt nicht hinten umpfeffert. Was mir bei ihm aufgefallen ist und da kommen wir jetzt mal zu einer kleinen Tanz-Insider-Erklärung, ja, was sind das, die Füße hätte er einfach besser führen müssen. Ja, was heißt jetzt Füße führen, da kommen wir gleich dazu, aber er hat oft seine Füße abgehoben und dann wirkt es manchmal auch so ein bisschen Pitsche-Patsche, ja, wie wenn man mit seinen Händen so auf die Wasseroberfläche drauf klapscht und dann hat man schön hier Pitsch-Patsch und dann macht man Cha-Cha-Cha und das fand ich war noch so ein bisschen zu sehen und wir hören ja jetzt ganz oft immer, aha, du musst deine Füße führen und dann beim, dann denkt man sich aber, aber man muss doch nicht die Füße immer führen und da ist es so in den Latein-Tänzen gibt es zwei unterschiedliche Gruppen von Tänzen es gibt einmal die Tänze wo man wirklich seine Schritte führen muss und führen heißt während sie, während ein Fuß von einem Schritt zum anderen geht darf er den Boden im Prinzip nicht verlassen was natürlich schon sein muss ist, dass die Knie beugen dass der Fuß wird normalerweise wenn er von einer Position zur anderen oder zum neuen Schritt geführt wird immer auf der hohen Zehenspitze sozusagen geführt und dafür muss man natürlich seine Knie auch beugen und dann gibt es aber die andere Gruppe von Tänzen und das sind natürlich, wir müssen erstmal sagen welche Tänze auch zu den geführten Tänzen gehören zum Beispiel Cha-Cha-Cha Rumba Paso Doble und natürlich auch wenn es euch überrascht Samba Samba ist kein Tanz wo man seine Füße abhebt und dann das Ganze wieder so Platsch 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 ja von oben platziert sondern wie gesagt wie so eine kleine Abfedern wie in so ein Luftkissen rein immer wieder und das wundert oft die Leute wenn ich sage Samba hat auch geführte Füße ja Samba hat geführte Füße und dann kommen wir zur Gruppe der platzierten Füße das heißt da ist es wichtig dass zwischen einem Schritt und dem nächsten der Fuß natürlich über das Knie und dann auch die Fußgelenke die dann nach des Beinen die Zehenspitzchen ein bisschen natürlich strecken kurz abgehoben wird natürlich Jive hat sich wahrscheinlich jeder gedacht dass der dazu gehört aber zum Beispiel auch Salsa und Merengue sind Tänze wo die Füße platziert werden und dann oft eben erst mit einem hohen Fersenansatz das heißt die Ferse ist noch weg vom Boden und dann wird je nach Tanz in unterschiedlicher Geschwindigkeit quasi in den Boden hineingearbeitet fast so als hättet ihr unter euren Fersen einen Nagel den man quasi so in das Brett hineinschiebt ja das war mein kleiner Technikexkurs zum Thema geführte Füße und platzierte Füße aber nach dem kleinen Technikexkurs müssen wir natürlich noch über die Bewertung sprechen die war auch sehr interessant einmal pro Folge so im Schnitt muss Mr. Lambi auch einmal höher als alle anderen liegen wobei ich sagen muss 7,7,8 war die Wertung ich wäre da bei Kollege Jorge und Mozzi mit sieben Punkten eine Acht habe ich hier noch nicht gesehen vor allem in Relation zu dem was vielleicht noch kommt ja geführte Füße platzierte Füße alles scheißegal beim nächsten Paar leider muss ich sagen echt leider weil ich mag Stefano und Masha ich finde die sind ein tolles Paar aber verdammt nochmal scheiße nochmal ich kann es nicht anders sagen der langsame Walzer ja der war einfach nix der war nix der war nix und warum war er nix weil man halt zum Takt tanzen muss und dieser langsame Walzer war außer ein paar Zufallstreffern wo die ersten zwei Schritte von irgendeiner neuen Bewegung mal man hätte sagen können auf den Takt gesetzt waren und dann war er aber gleich wieder raus oh wow ich hab den Tanz angeschaut ich war die ganze Zeit so angespannt und dachte mir so nein Masha zieh die Handbremse zieh die Handbremse ja aber nicht und drück auch noch auf die Bremse Scheibenbremse Handbremse alle Bremsen der Typ war so ich weiß nicht ob er so aufgeregt war aber das ist natürlich die Kunst bei langsamen Tänzen und das war auch jetzt nicht unbedingt ein schneller langsamer Walzer das muss ich ihm zugute halten ist es oft so dass man halt dazu tendiert die Leute die hier als Laien das lernen ja die da festzuhalten deshalb ist Rumba zum Beispiel auch ein sehr schwerer Tanz weil so lange gezogene Schritte sind wirklich schwierig aber nichtsdestotrotz es ist eine Aufgabe die andere auch schon gemeistert haben und da muss ich auch wirklich sagen yo es tut mir in der Seele weh aber das war nichts ich kann dann auch gar nicht viel an andere Dinge gucken weil ich die ganze Zeit nur da bin und so nein nein ja aber wenn wir schon bei den kritischen Dingen sind weil es gibt auch noch ein paar positive Dinge auch wenn die dann keine große Rolle mehr spielen auch hier war der Schwung 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 aber gut wer nicht im Takt ist wer soll da auch schwingen und es war hart wobei das bei hart habe ich mich ja schon mal verzettelt ihr wisst er war immer noch hart an seinem Körper scheiße das klingt auch ich muss da echt mal andere Worte finden Ziff Fünferl ja also seine Körperbewegungen waren einfach noch zu angespannt und da muss er ein bisschen lockerer werden aber es er war halt in dem ganzen Tanz einfach ein bisschen zu ja ich glaube diese Bewegung habe ich auch schon ein paar Mal gesehen bei mir im Zusammenhang mit diesem Podcast aber so war es halt eigentlich wenn dieser ganze negative Batzen nicht wäre hat es ordentlich ausgesehen er hat eigentlich eben eine gute Haltung gehabt finde ich die haben viel getanzt wenn man das dann so sagen will ja und das macht das macht so traurig ich bin traurig Stefano ja gib mir einfach nächstes Mal Takt Alter und dann funktioniert es auch wieder ja ähm von der Jury gab es vier vier zwei Punkte und von mir hätte es sechs gegeben gibt es aber nicht ja weil er hat es verkackt deshalb muss ich sagen Lambi so sehe ich es auch zwei Punkte ich war hier tatsächlich hart an der Grenze ich muss es ganz ehrlich sagen und habe mir überlegt ob das nicht ein Punkt hätte sein müssen weil es eben wirklich komplett draußen war außer so ein paar Zufallstrefferle im Takt war das halt komplett aus dem Takt und dementsprechend auf dem Turnier würde sowas bedeuten letzter Platz im Finale wenn das so wäre oder halt in den Vorrunden gibt es kein Kreuz so nennt man es da ja aber so sieht es aus besser als in der Woche zuvor auch noch und was mich auch sehr freut saß dagegen bei Sophia und Alex mit ihrem Wiener Walzer aus zu einem sehr modernen Lied wo ich mich dann schon gefragt habe wie wird das Lied wohl aufgenommen werden ich finde es cool ja natürlich kannst du auf so moderne Lieder ich erinnere mich daran an das letzte Jahr mit Sharon zusammen da hatten wir auch ein sehr sag ich mal ein sehr alternatives Lied mit Cause I Love You wo man eben zu vielen Stellen gar nicht so dieses Klassische ich meine was soll ich mich hintanzen soll ich mich hinstellen und nur Fleckerl tanzen werden die gerade ja das sorry dafür ja der Tontechniker wird es dann schon richten ja an dieser Stelle liebe Grüße an meine tollen Partner here we go hab riesen Spaß mit euch diesen Podcast zu machen und so viel muss man auch mal erwähnen ja die meine quiekende quakende Stimme zu einer hoffentlich einigermaßen Wohltat für euch machen so apropos positiv und schöne Dinge hab ich ja schon angesprochen Sophia und Alex mit ihrem Wiener Walzer haben mir gut gefallen ich finde sie hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht ich finde ich hab gesehen dass vielleicht so ein bisschen mehr ja schon dieses Vertrauen vielleicht langsam auch bei ihr ankommt dass sie dass sie das machen kann dass sie weiblich sein kann dass sie eine schöne Bewegung zeigen kann und ich muss sagen hat mir gut gefallen ich mag ich mag das wenn ich einfach zuschaue und ich hab nicht das Gefühl so wie leider davor bei Stefano dass ich ständig Angst um den Takt haben muss und das fand ich bei ihr überhaupt nicht das war sehr souverän ich finde sie hat sich auch wirklich gut verbessert im Vergleich zu den vorigen Wochen ich fand ihre Solo Teile insgesamt trotzdem noch stärker als die Parts auch in ja als auch in Haltung muss man wirklich sagen also da vielleicht fühlt sie sich da noch ein bisschen zu eingesperrt oder ich sag mal mit so der Nähe klarkommen ist auch gar nicht so einfach ja wann ist man einer quasi Person die man ja nicht so gut kennt schon mal so nah wie ich diesen Mikrofon hier das sehen jetzt die Leute im Podcast nicht aber wenn man natürlich ständig diese Nähe hat das kennt man nicht und dann stellt man sich mal vor jemand ist direkt vor einem und man soll mit vollem Karacho eben durch einen Menschen durchgehen ja klar der weiß ja auch dass er zur gleichen Zeit rückwärts geht ansonsten wäre es natürlich doof aber das ist schwierig und das war eben auch Haltung und Schultern sind bei vielen in dieser Staffel ein Thema aber so eben auch bei Sophia ich fand da gerade ihre linke Schulter wenn ich mich da noch recht erinnere hat mich immer gestört und das muss auf alle Fälle noch besser sein und ich finde sie wird sofort einen anderen Look bekommen wenn sie es schafft ihre Wirbelsäule zu aktivieren was meine ich damit ich meine damit dass man auch wirklich sieht dass oben die Wirbelsäule sich wie eine ja wie eine Palme im Wind würde ich jetzt mal sagen ja um da irgendein die sich ja auch biegen kann die ein bisschen mit geht mit den Bewegungen dass es nicht nur wirklich steif und fest an Ort der Oberkörper und es wird sofort gleich so viel positive Auswirkungen auf viele andere Dinge haben weil zum Beispiel man kann sich noch so viel Mühe geben mit den Armen wenn der Oberkörper steif ist dann werden Armbewegungen immer ja immer komplett separat und und nicht als Einheit mit dem Körper wahrgenommen werden und dementsprechend können die auch nie so gut aussehen als wenn der Körper die Wirbelsäule sich mitbewegt und in dem Fall ist es so dass man natürlich auch wenn eine Dame in Haltung ist dann sage ich auch immer oder ich versuche das meinen Damen immer so zu verkaufen ihr müsst euch vorstellen wie so ein Luftballon der immer wieder aufgepustet wird und dann verliert er wieder ein bisschen Luft aber dann puste ich wieder Luft rein so dass es ein bisschen eine Atmung bekommt ein bisschen eine Lebendigkeit hat das immer funktioniert aber das ist natürlich der Wunsch ich meine dass man wirklich eine Partnerin hat und das ist natürlich das auch wenn ich dann mit einer unserer Profidamen tanze dann merkt man natürlich auch das ist eben nicht nur eine Frau die sich einfach nur in eine Haltung reinstellt und dann hofft dass man sie von A nach B mitnimmt was übrigens auch nicht so wirklich geht vor allem wenn sie es nicht gut macht sondern die auch lebendig ist in dieser Haltung wo man merkt da passieren Dinge ohne dass sie sich natürlich dieser Haltung entzieht und das ist schwierig aber das ist eine Sache die man lernen muss dass man eben nicht so aussieht in so einer Haltung wie so eine Schaufensterpuppe die man nur wirklich einmal in eine Position bringt und dann passiert da nichts mehr aber wie gesagt ein bisschen Kritik hier und da ich habe das Urteil von Lambi nicht ganz verstanden was er mit seiner Haltung gemeint hat ich mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen mir ist es irgendwie nicht so richtig klar gewesen was jetzt da Sache sein sollte aber ist ja auch nicht so schlimm weil die Punkte waren ja auch nicht schlecht mit sechs sechs und fünf Punkten und ich wäre tatsächlich hier auch mit fünf Punkten dabei gut gemeinte fünf Punkte und ich glaube wirklich wenn da so ein bisschen der berühmte Knoten wenn der noch ein bisschen weiter aufgeht platzen ist immer so eine Sache wann platzt schon mal so ein Knoten beim Tanzen platzen tut er nie aber man kann einen eine Verwirbelung Verwirbelung ist ein Bullshit Wort was hast du was hast du für Beschreibung eine Verknotung wir nennen es einfach mal so wenn sich eine Verknotung aus diesem großen gordischen Knoten löst ist ja schon mal top und ich finde das haben die beiden auf alle Fälle geschafft was die nächsten beiden nämlich geschafft haben ist die erste zehn der Sendung zu kassieren und wow fand ich nicht so aber aber ich fand es war ein genialer Tanz der mir wieder und ja also die beiden enttäuschen mich einfach nicht was das betrifft Tony und Anastasia liefern einfach ab was gutes Gefühl was aber auch echt gutes tanzen und das muss man einfach mittlerweile sagen auch Woche für Woche betrifft und was einfach dieses Gefühl in einem weckt es ist geil denen zuzuschauen ich habe einfach Spaß ja wie gesagt das breite Grinsen ja wenn ich keine Ohren hätte dann im Kreis dann ja das ist einfach garantiert bei den beiden das fängt sofort beim Einspieler an bei den beiden wo ich mir wirklich denke ja ich wäre auch gern dabei lasst mich mit ins Training ich und ich glaube auch Leute das ist ein ein Attribut das die beiden haben das ist eine ein so ein großer Bonus den die beiden haben der im Verlaufe der Staffel so extrem wichtig ist und das ist wirklich toll für die beiden muss ich wirklich sagen also da haben die diese Chemie die die beiden haben das ist ein Pfund das ist ein richtiges Pfund auf der Waage und hört meine Worte das wird denen auch noch wirklich sehr viel weiter helfen auch und da kommen wir zum springenden Punkt wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft tänzerisch und da haben die schon so viele positive Punkte gesammelt bei euch daheim ich weiß es doch dass dann da auch nicht gleich was passiert aber kommen wir wirklich mal zum tanzen zu ihrem Quickstep natürlich auch coole Musik wieder muss ich wirklich sagen da tanzt man natürlich auch gerne Quickstep drauf ich fand es auch mutig dass man dann auch mit dieses so Stöckchen hin und her werfen das kann gerne mal schief gehen in einer Live Sendung muss man sich das auch immer erstmal trauen ich finde Tony hat ein super Feeling gehabt der war da richtig drin und jetzt kommen wir zum Schwung und Tony Maloney du bist für mich einer der Ersten der mal einen Ansatz von Schwung Bewegung jetzt gezeigt hat und deshalb war ich so ich dachte mir vielleicht sehe ich das im Fernsehen einfach nicht sehen aber doch Leute man kann es sehen und es war wirklich cool die haben wirklich ein paar sehr schöne Schwung Passagen drin gehabt zur kleinen Erklärung im Quickstep für alle die nicht aus dem Tanzsport kommen gibt es eben Schwung Passagen wo wirklich durchgängige Schritte getanzt werden wo auch so ein bisschen ähnlich in Anführungsstrichen zum langsamen Walzer auch ein Heben und Senken mit drin ist wo es kein Gehoppel geben darf und dann im Kontrast dazu gibt es eben diese ganzen gesprungenen Passagen wo dann ganz schnell und hier und Triple Chassés und Step Hops und was weiß ich was das sind sind Tänze und dann denkt man wie sollen zwei Tänze funktionieren aber irgendwie funktioniert und bei Toni und Nastja hat es wirklich sehr gut funktioniert ich fand er war schon sehr leichtfüßig und das ist ja auch so eine Eigenschaft von einem Quickstep das ist egal ob Schwung oder Sprung Passagen dass es immer so aussieht als ich sage das Wort nicht weil dieses prickelnde Getränk dieses prickelnde alkoholisierte Getränk nachdem der Quickstep immer benannt wird ihr wisst was ich meine die so schön geprickelt hat aber hoffentlich in den Füßen und genauso soll es eben auch aussehen ein paar Dinge gab es natürlich auch die mir jetzt nicht ganz so gut gefallen haben aber die besser werden müssen die linke Schulter von Toni die war auch immer so ein bisschen so nach vorne gestreckt dadurch wirkt der freie Arm wir haben ja unsere Damen rechts in der Haltung drin mit geschlossenen Fingern wenn es geht am Schulterblatt und die freie letztendlich linke Hand die ja nur mehr oder weniger dazu dient den Rahmen wirklich schön zu gestalten der ja der war dann ab und zu ein bisschen komisch da kam die Schulter ein bisschen hoch aber ja das sind Dinge die kann man korrigieren da haut man ein paar mal mit dem Hammer auf die Schulter drauf und schon funktioniert das da bin ich mir ganz sicher da wird die Nastia schon noch ein Mittel finden man manchmal man sagen waren die Füße noch ein bisschen schlampig hudelig und ein paar Übergänge waren ein bisschen holprig aber hey wie gesagt das sind jetzt das ist meckern schon auf einem ganz guten Niveau was ich aber dazu sagen muss bei aller Liebe zu den beiden und ich finde die beiden wirklich top ja für mich und dafür kann ich ja auch nur sprechen waren es einfach keine 10 Punkte das war schon noch ein gutes Stück weg von 10 Punkte was aber auch nicht schlimm ist weil ja es waren trotzdem schon sehr gute Punkte da gab es aber wie gesagt noch einige Sachen zu verbessern und ich habe es zu Beginn meines Podcasts schon mal gesagt für mich 10 Punkte heißt dass jemand mindestens 10 beim tänzerischen Anspruch erfüllen muss wenn er das nicht gemacht hat weil für mich der tänzerische Anspruch eben so das Prozentpünktchen mehr ausmacht als die B-Note sage ich mal die künstlerische Note wird es im Prinzip reichen wenn jemand 9,5 in der B-Note hat sozusagen aber eine 10 in der technischen Note in der tänzerischen Bewertung dann würde ich ihm trotzdem eine 10 geben umgekehrt hätte er bei mir halt dann eher eine 9 also dann wären quasi beim einen wären 9,5 eher 10 und beim anderen wären 9,5 eher 9 wenn halt der Schwerpunkt auf dem künstlerischen Aspekt liegt und dementsprechend gab es von der Jury hier 10 8 7 und ich wäre hier weil ich das Ganze ja auch einordnen muss mit wer war vielleicht noch ein Ticken besser aber auch noch nicht so gut dass es dann noch mehr Punkte geben kann deshalb gibt es von mir 7 Punkte die ich in Relation einfach auch sehen muss zu den anderen Paaren die ich in dieser Show jetzt mitbewertet habe yo kleiner Spoiler beim nächsten Paar gibt es nicht ganz so viele Punkte aber bevor wir zum nächsten Paar kommen möchte ich gerne eine Sache machen ich habe es euch ja versprochen ihr habt uns auch schon viele Fragen geschickt über E-Mail über YouTube Video-Kommentare über Podcast-Kommentare auf den vielen Plattformen über Instagram und sonst irgendwo ein paar interessante Fragen hatten wir letztens mal auch schon gemacht aber eine Frage die ich ganz oft bekomme ist dass ihr wissen wollt wie schaut denn eigentlich so eine Woche aus für mich vor allem jetzt oder für uns als Profitänzer wie schaut so eine komplette Let's Dance Week aus na gut dann ist die Sendung dann ist am nächsten Tag für die Profis und jeder geht da anders ran ich erzähle einfach mal was meiner Warte ich brauche dann erstmal ein bisschen Abstand das heißt oft besuchen mich Freunde Familie dann geht man mit denen Frühstücken oder einen Kaffee trinken verbringt noch ein bisschen Zeit dann schaue ich dass ich ein paar andere Dinge erledige die ich so für mich erledigen muss oder will und dann gehe ich meistens spazieren höre mir habe die Musik für die kommende Woche nochmal in Dauerschleife drin und dann während ich irgendwie rumgehe formt sich schon so ein erstes Bild von Choreografie über die Inszenierung habe ich manchmal dann da schon nachgedacht oder auch nicht manchmal ergibt sich die Inszenierung aus dem was ich choreografisch mache und ab manchmal ist es so ich habe erst eine Idee was man inszenatorisch machen will also will man irgendeine besondere Kulisse will man irgendwie irgendeinen Gegenstand den man im Tanzen mit benutzt und so weiter und so fort will ich die Treppen mit einbinden und so weiter also dann muss man ja auch choreografisch schon irgendwie denken okay passt es zur Musik habe ich genügend Zeit ja dann steht so eine Choreo und dann setze ich mich dann am Nachmittag meistens dran um ja um die Choreo zu machen das geht manchmal sehr schnell und manchmal dauert es bis in den Dienstag hinein bis die Choreo wirklich so fertig ist wie sie wie sie dann letztendlich am Freitag aussieht aber ich versuche schon wenn ich am Sonntag dann ins Training gehe mit dem Promi der erste Tag wieder dass 60 bis 70% der Choreo ohne vielleicht ein paar Hebefiguren wenn die drin sein sollten oder die Übergänge vor allem schon bis ins kleinste Detail eben sind aber die ganzen Tanzparts das ist mir ganz wichtig das muss alles schon am ersten Tag am Sonntag drin sein der Sonntag ist eh dann immer so ein Tag wo die Leute die denken gerade die kommen vielleicht gerade aus dem Hoch ja weil sie gerade geil die Punkte bekommen haben und dann fangen sie aber trotzdem wieder bei Null an und dann musst du sie wieder wie so ein kleines Häufchen Elend wieder aufgreifen weil sie merken ja eigentlich ganz egal was in der letzten Woche war jetzt muss ich irgendwie wieder von vorne anfangen wobei es ist nicht ganz so von vorne weil man nimmt natürlich schon Erfahrungen mit es gibt dann auch wieder bestimmte Tänze haben auch wieder Wiederholungen ja wenn man einen Botafogo Schritt zum Beispiel das ist ein Schritt wo man vorne kreuzt seitwärts ausstellt und dann wieder am Platz belastet sozusagen den gibt es ganz oft wieder das heißt so Schrittkombinationen wiederholen sich vielleicht auch in verschiedenen Tänzen wieder bestimmte Bewegungen Haltung in Standardtänzen ist nun mal Haltung in Standardtänzen außer vielleicht beim Tango noch ein bisschen anders aber das heißt da gibt es schon viele Elemente aber man muss die Leute schon erstmal wieder zu sortieren dann Choreo lernen fällt dem einen leichter dem anderen schwerer dann muss man schauen Sonntag bin ich happy wenn irgendwie diese Choreo drin ist und ich ich sage immer zum Schluss irgendwie diese Choreo durchzuckeln ja und wenn es nur wirklich ich sage schau dir nicht an egal wie sich es anfühlt Hauptsache wir kommen da irgendwie durch und du hast es schon ein paar Mal so irgendwie durchgejuckelt durch diese Schritte man kriegt dadurch jetzt nicht das beste Gefühl aber es ist meiner Meinung nach sehr wichtig dann am Montag und Dienstag geht es wirklich darum A die letzten Teile also vor allem Montag die letzten Puzzleteile der Choreo fertig zu bekommen vielleicht schauen welche Hebefigur funktioniert welche nicht welche kann ich Übergänge so schnell lassen muss man da noch was ändern weil für mich ist immer spätestens Montag muss Choreo stehen und dann geht es in Teilen wirklich ich habe sagt dann okay Teil 1 Teil 2 Teil 3 das heißt die Choreo wird 3 geteilt dann wird erst ein bisschen gearbeitet dann wird das wieder durchgetanzt dann wird am nächsten Part gearbeitet dann wird wieder durchgetanzt und zum Schluss auch mir immer wichtig viele Wiederholungen in den einzelnen also in dem kompletten Tanz auch dass man wirklich die PS auch auf die Straße bringt sozusagen ja man muss wirklich viel tanzen 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 damit der Kopf möglichst wenig eingeschalten wird dann Dienstag ist so ein bisschen der kritische Tag wenn es noch irgendwo Probleme gibt dann muss man die da ausräumen wenn nicht dann ist es ein Tag wo man schaut dass man die Qualität so hoch schrauben kann wie nur irgendwie möglich ja weil am Mittwoch ist für mich eher so ein Tag wo ich dann versuche umzukehren von Glas halb leer zu Glas halb voll das heißt ich versuche meiner prominenten Dame in dem Fall dann schon mehr mehr Gefühl zu geben ich will dass sie wenn da noch irgendwo ein kleiner Fehler ist man muss dann irgendwann damit leben außer man hat noch das Gefühl man könnte da noch was daran ändern aber in den meisten Fällen ist es so schau einfach jetzt muss da ein gutes Gefühl hin weil am Donnerstag musst du das dann schon in der neuen Kulisse vor Leuten tanzen und wenn da kein gutes Gefühl im Training schon da ist dann ist das noch schwieriger ja dann ist Donnerstag natürlich der Probentag wo dann Einzeltänze erst jeder macht dann bis alle dann mal durch sind da vergehen natürlich Stunden die Donnerstage sind die längsten Tage da geht es für die Profis mit ah ich habe noch eine Sache vergessen weil ich schon gesagt für die Profis geht es sehr früh los mit Opening Training aber die Profis müssen am Mittwochnacht nach dem eigenen Training wo sie auch immer mit ihrem Promi trainieren dann noch alle nach Köln kommen und dann ist es meistens noch bis 10 Uhr nachts Opening Training das ist schon immer das ist manchmal eine Herausforderung es ist natürlich auch immer so ein Klassentreffen nach einer Woche kommen alle wieder zusammen dann dass man da dass da alle gebändigt werden ist manchmal nicht so einfach ja aber es ist auch ein großer Spaß immer und dann eben Donnerstag in der Früh geht es schon sehr früh los Einzelproben nach den Einzelproben kommt dann am Abend sozusagen die erste Durchlaufprobe nennt man das Ganze das ist quasi noch keine Generalprobe es ist schon einmal die Show so trocken das machen wir aber dann da ohne Kostüme weil da werden noch die letzten Änderungen an den Kostümen vorgenommen wenn von den Einzelproben gesehen wird hey da stimmt irgendwas nicht ja vielleicht sitzt der Träger nicht und es ist Danger Zone dass da irgendwas rausfällt wo es nicht rausfallen soll dann muss das alles noch gefixt werden und dann werden noch 37.000 Strassstreine nachgeklebt wenn es zu wenig geglitzert hat und ja und dann kommt Freitag Freitag ist eigentlich der entspannteste Tag der Woche zumindest war das für mich immer so man wird erst irgendwann mittags abgeholt bis dahin kann man schön gechillt frühstücken kann noch ein bisschen wenn die Sonne scheint geht man noch ein bisschen raus dann geht man rein wird noch ein bisschen dann wird man erst mal hübsch gemacht dann gibt es was zu futtern und dann kommt irgendwann die Generalprobe und nach der Generalprobe dann fängt alles an dann wird es wuselig dann kommt noch mal der kleine Zwischenteil dann müssen noch mal irgendwelche Interviews gemacht werden dann müssen die fresh up dann kommen schon diese Livestreams und alles weitere und dann ist Show und dann geht die ganze Schose von vorne los ja so sieht es aus das war ein kleiner Schwank ich hoffe liebe Heike Boom 440 das war in deinem Sinne das zu beantworten und du kannst da ein bisschen was mitnehmen so ich habe es schon angekündigt das nächste Paar wäre auch eins derjenigen gewesen die sicherlich hätte auch das Licht dieser Show verlassen müssen können hat es aber nicht Ann-Kathrin und Valentin mit ihrem Wiener Walzer ich muss aber trotzdem sagen auch wenn die mit gefährdet waren vielleicht auszuscheiden war es für mich eine Steigerung wieder von Ann-Kathrin und das fand ich wirklich toll ich finde es fällt mir auch immer schwer irgendwie was Kritisches bei ihr zu sagen weil sie auch sie hat so diesen dieses dieses Gefühl dass man sie so schutzbedürftig ja irgendwie ich möchte sie einfach beschützen wenn ich sie sehe und sie hat aber auch eine positive Ausstrahlung das ist alles sie nimmt alles mit so mit so einer positiven Energie und positiv muss ich aber sagen war auch wirklich ich fand ihre Haltung wirklich sehr ordentlich vielleicht bei den Damen an diesem Abend mit die beste Haltung für mich muss ich ganz ehrlich sagen es war definitiv eine Steigerung wieder zu letzter Woche es war auch mal es war im Prinzip auch wieder irgendwie ein schneller Tanz weil Wiener Walzer ist auch der schnellste Standard Tanz tatsächlich von den Takten pro Minute zumindest her was mir nicht so gut gefallen hat war beim Wiener Walzer gibt es kein Hoppeln man sieht es auch oft ja weil es gibt kein richtiges Heben und Senken beim Wiener Walzer sondern es wird alles durch relativ weiche Knie getanzt und ohne immer bei diesem eins zwei drei zwei drei zwei drei immer so ein bisschen nach oben nach oben und das darf man nicht beim Wiener Walzer darf das einfach nicht sein und das war aber eben weil sie insgesamt trotzdem noch ein bisschen zu steif und da ist es wieder dieses Wort Zipfünferl ja ich überlege mir bis ich versprochen ich überlege mir bis zur nächsten Podcast-Folge was anderes oder auch nicht ich bleibe einfach dabei aber sie war mir einfach viel zu steif in ihrem Körper das war das muss noch besser werden und da kommt auch das kleine Heidi Hopps über die Wiese Syndrom genau daher kommt es ein bisschen weil es zu zu hart ist auch ich habe das gefunden das wurde in der Jury auch angesprochen dass sie in ihren Solo-Passagen wirkt sie ganz schnell sehr verloren ja da ist die Heidi dann ganz alleine auf der weiten Heide und sucht ihren Valentin das ist aber nicht so schlimm wir machen ja Paartanz also Anker drin trotzdem auf einem guten Weg mal schauen wie das einfach in der Zukunft läuft weil die Konkurrenz muss ich wirklich sagen ist schon groß und man sieht auch es kann sich von Woche zu Woche immer mal ein bisschen was ändern aber nichtsdestotrotz gab es für Anker drin und Valentin 5-5-3 und ich bin da bei vier Punkten in der goldenen Mitte würde ich mal sagen und die goldene Mitte ist nicht das was das nächste Paar quasi für sich beanspruchen kann weil für mich war das nächste Paar das beste Paar des Abends Gabriel und Malika mit einer Rumba und ich muss sagen Malika absolut hot wer Malika kennt ist sie ist oft auch eher sehr zurückhaltend und eher ein bisschen ja vielleicht auch manchmal eher ein bisschen konservativ in ihrer Art aber meine Herren ja ich sag mal das Lied After Dark hätte genauso gut Salma Hayek sein können da eben in dieser Bar oder sonst irgendwas also ich fand es mega fand eine tolle Stimmung aber hey auch Gabriel eine geile Sau muss ich wirklich sagen er hat mir jetzt hier das erste Mal er war für mich der der Latin Lover hat er echt cool gemacht ich fand da waren ein paar Blicke von ihm dabei er hat das im Einspieler war das ja noch so ein bisschen immer so ja darf ich das ja erlaubt mir meine Freundin das und so aber auf gut Deutsch drauf geschissen in der Show Alter ja alles ganz egal hast richtig gut rausgehauen muss ich wirklich sagen Gabriel top und was auch top war ich fand er hat wirklich schon gute Basics gehabt es wurde in verschiedensten Kombinationen auch von der Jury so aufgegriffen gute Beine Fußpositionen aber auch der die Bewegung von Fuß zu Fuß das war so muss ich wirklich sagen so könnte man auch auf ein C-Klasse Turnier gehen wenn man da noch ein bisschen mehr Zeit hat mit vielleicht ein paar ein oder andere Dinge noch mehr austrainieren weil das sind halt auch immer nur vier Tage darf man immer nicht vergessen aber das hat für mich das kannst du auf ein Turnier bringen und da der wird dann nicht irgendwie negativ auffallen so ganz im Gegenteil durch das dass er auch eine wirklich coole Stimmung hat das fehlt vielleicht oft Turniertanzanfängern dass mir da dann das Esprit die Stimmung die Charakteristik oft noch so ein bisschen fehlt von dem Tanz und das muss ich sagen Gabriel mega Stimmung zusammen mit Malika die haben viel getanzt auch wirklich saubere Sachen schön Lunchpositionen in eine Fan ja was auch immer muss ich euch nichts sagen jedenfalls wirklich viele typische Rumba Figuren und eine Sache die allerdings dann eben auch klar wird wenn man viele Bewegungen macht wo die sehr ausladend sind ist und das ist was was für mich bei Gabriel auf alle Fälle besser werden muss der Oberkörper muss sich mehr bewegen die Männer ihr müsst euch ein bisschen mehr trauen auch euren Oberkörper eure Wirbelsäule zu bewegen ja gerade in Rumba gibt es so eine ganz typische klassische Cuban Motion nennt sich die das ist quasi eine Achterbewegung die im Becken quasi ausgeführt wird wenn man von oben drauf gucken würde wie als würde man in so einer Acht sich bewegen und das gilt und das gilt aber auch für die Körperseiten die müssen das auch mitmachen wenn man nur oben komplett starr ist und unten seinen Arsch bewegt dann dann funktioniert das nicht dann sieht das auch nicht schön und geschmeidig aus sondern man muss eben auch im Oberkörper die Schulter natürlich am wenigsten aber trotzdem heißt es nicht dass die wie in Zement gemeißelt sein müssen und das stört mich so ein bisschen im Gesamtbild aber das hat natürlich dann auch zur Folge dass wie ich es vorher schon gesagt habe wenn der Oberkörper fest ist dann können die freien Arme obwohl er die gar nicht so schlecht gemacht hat vom Ansatz her die können nie wirklich so bis zum Ende hin wirklich toll aussehen weil es einfach wie angeklebt aussieht auf so einen starren Körper oben drauf passen dann Arme selbst wenn die sich schon relativ frei bewegen nicht so gut dazu ja aber das ist alles so ein bisschen meckern schon auf einem ganz guten Niveau muss ich wirklich sagen weil zum Schluss ihr Lieben da gab es so eine Position da war er so hinter Malika wo Malika sich gedreht hat und irgendwie vor ihm runter und er war da so drauf und es war the look ja da hat er in die Kamera geschaut ja da habe ich ihm das wirklich abgekauft ja der blonde Antonio Banderas so ein bisschen muss ich wirklich sagen war ich da und dachte mir geile Scheiße das war das erste Mal dass ich jetzt so richtig das Gefühl hatte yo da ist jemand der sich langsam aber sicher für mich auch zu Recht in eine Favoritenposition befördert also ihr zwei Gabriel Malika 8 8 8 Punkte gab es von der Jury und was soll ich sagen da gehe ich absolut mit super verdiente 8 Punkte für mich die höchste für mich wäre das eigentlich neben dem Ausreißer von 10 Punkten dann wäre es ja auch so gewesen die höchste Bewertung des Abends hätte das für mich sein müssen und wirklich Chapeau sehr gut gemacht und auch sehr unterhaltsam ja wer auf alle Fälle auch mega Show machen kann und den Look auch hat ist der Detlef zusammen mit Ikat und dem Passo Doble ja ich muss sagen das Lied an das Lied habe ich auch Erinnerungen da haben wir mal einen Gruppentanz dazu getanzt vor ewigen Jahren das war so ein Trio Tanz also drei ich sage immer Trio Tanz aber Trio Tanz ist ja heutzutage zwei Profis und ein Promi aber früher ein Gruppentanz sozusagen da waren immer drei Paare und da hatten wir auch zu diesem Sale von Aval Nation hatten wir da die Gruppenperformance deshalb cooles Lied auf alle Fälle sehr schon eher so ein bisschen in die moderne Richtung ja was soll ich sagen Detlef mit Detlef da da raufen sich auch alle guten Geister ja der eine sagt der andere so ja mein Gott mein Gott also es war halt leider wieder Hui and Pfui again yo also das ist auf alle Fälle was wo wir gleich nochmal drüber sprechen müssen aber kommen wir erstmal zu den positiven Sachen ich finde halt hey erstmal die guten Sachen wissen wir schon Detlef hat eine Wahnsinnspräsenz auf der Bühne ich finde auch er ist natürlich ein gestandener Mann ja Pasodobel also ich hätte der Stier nicht sein wollen auf keinen Fall ich wäre in meiner Box drin geblieben hat auf alle Fälle im positiven Sinne also das ist das meine ich jetzt wirklich positiv nicht negativ sondern er hat wirklich einen guten Look gehabt finde ich schon was ich bei ihm auch immer finde er strahlt zumindest auf der Fläche wenn es die Performance ist eine sehr sichere er hat eine sehr sichere Ausstrahlung und ich finde hier im Pasodobel waren jetzt auch seine Arme und sein Oberkörper auch schon relativ gut es ist mir immer noch tendenziell gerade für die Herren wenn die die Arme zu weit nach hinten nehmen ist es halt wie gesagt ist so ein bisschen für mich der Pasodobel Look ein bisschen weg zumindest in den Teilen wo es auch Pasodobel sein soll und nicht irgendwie Flamenco also wie gesagt es war insgesamt es war auch viel Tanzen es war unterschiedliche Elemente das fand ich wirklich gut aber und jetzt kommen wir zum großen aber wieder Fußpositionen da muss ich echt leider sagen da da muss die E-Kette echt mal richtig ran mit der Brechstange an die Füße weil das ist für mich bei Detlef wirklich ein Knackpunkt da kriege ich halt da kriege ich halt einfach Plack ja wenn ich das sehe und es ist oben cool und ich sehe er könnte sich wirklich gut bewegen aber bei den Füßen passt wirklich ja ich will jetzt nicht sagen nix das hört sich sehr hart an aber im Prinzip passen einfach zu viele Sachen nicht und vor allem nicht auf dem Level auf dem der Rest vom Körper schon mitmacht ja das ist so ungefähr als wäre der aus zwei verschiedenen Personen gemacht worden unten ist einmal Bernhard Brink und oben ist Detlef ja warum ja Bernhard Brink in allen Ehren oder wem Uli Potowski mehr sagt ja vielleicht ist dann Uli Potowski eher die Maßgabe aber das hört sich jetzt vielleicht hart an aber ich weiß halt einfach auch dass Detlef das hinkriegen kann die müssen echt ein bisschen mehr daran arbeiten dass die Füße sind damit meine ich nicht nur Fußpositionen sondern einfach auch mal klar machen und da muss ich ganz ehrlich sagen das ist doch im Hip-Hop nicht anders wenn ich geschlossene Füße haben muss dann muss ich da war ich sehr schwungvoll mit meinem Mikrofon wenn ich geschlossene Füße beim Hip-Hop haben muss dann müssen die auch geschlossen sein und nicht nur so halb geschlossen wenn einfach wenn die Füße nach außen zeigen müssen zumindest in einer Position ich rede noch nicht mal von einer Bewegung aber in einer Position dann müssen die halt einfach auch so sein und da muss ich sagen da habe ich gerade bei jemandem der andere Dinge schon sehr gut macht will ich das einfach dann bin ich als Profi als Trainer habe ich auch den Ehrgeiz und den Anspruch zu sagen nee so kommst du hier nicht vorbei an mir das kriegen wir hin daran müssen wir arbeiten da musst du so bluten bis das einfach funktioniert weil das wird wäre für mich die Krux wo ich sage sorry Detlef dann wird das schwierig zumindest für ganz ganz vorne dementsprechend Leute ich war auch wenn ich jetzt sehr hart war trotzdem von den Punkten her gnädiger muss ich ganz ehrlich sagen als die Jury aber ich bin mir auch nicht sicher ob das nicht zu viele Vorschusslorbeeren sind ja was heißt gnädiger als die Jury war ich eigentlich gar nicht sehen wir ich würde mal sagen 6 6 5 ich muss ich muss ehrlich sagen ich bin ein bisschen im Zwiespalt aufgeschrieben auf meinem Zettelchen als ich mir den Tanz angeschaut habe habe ich mir 7 Punkte aufgeschrieben aber wenn ich jetzt so drüber rede und nochmal so drüber nachdenke tue ich mich mit 7 Punkten doch ein bisschen schwer was mache ich jetzt mit Detlef Detlef was mache ich mit dir von der Jury gab es 6 6 5 Punkte von der Jury gab es 6 6 5 Punkte 6 oder 7 6 oder 7 6 oder 7 ne mein Gefühl sagt mir doch auch er 6 Punkte für Detlef aber wirklich mahnende wohlwollende 6 Punkte weil ich sag krieg's in den Griff krieg deine Flunzen da unten in den Griff und dann wird es auch nochmal ganz anders in eine ganz andere Richtung gehen ja das war's im Prinzip ich muss sagen ich fand ja dass Eva raus ist war fast leider schon abzusehen haben wir am Anfang schon kurz drüber gesprochen tut mir trotzdem ein bisschen leid um sie weil ich glaube da wäre schon auch noch was drin gewesen aber gut bei den anderen halt auch und jede Woche muss halt einer rausfliegen was sich aber wieder bewahrheitet hat muss ich wirklich sagen ist und das finde ich super interessant vielleicht haben wir nicht die ganz großen Ausreißer so gleich am Anfang nach oben hin aber man sieht in jeder Woche ist es möglich sich irgendwie mit einer besonderen Leistung auch wenn man es in der vorigen Woche noch nicht gedacht hat wieder hervorzuheben und sich vielleicht dann auch abzusetzen von den anderen und das finde ich super spannend das macht diese aktuelle Staffel wirklich spannend und mal ganz anders als vielleicht viele der letzten Jahre wo vielleicht eine Spannung auch eher künstlich erzeugt wurde indem man dann einfach ja sagt es ist spannend aber eigentlich war es nicht spannend ja letztes Jahr war es alles aber spannend war es nicht es war irgendwann ziemlich klar glaube ich für alle dass die Anna das Rennen machen wird also zumindest für mich aus meiner Warte und dass da wenig passieren wird was daran was ändert aber umso besser dass wir dieses Jahr eine spannende Geschichte haben und ich freue mich jedenfalls darauf wie das in den nächsten Wochen weitergeht und apropos weitergehen eine persönliche Sache hätte ich auf alle Fälle noch für euch für den Podcast oder beziehungsweise in dem Fall auch ehrlich gesagt eher für mich ich bin super happy über das viele positive Feedback was wir bekommen über den Podcast und auch dass ihr interagiert mit uns und das möchten wir in Zukunft auch noch viel mehr machen es ist aber so dass der Podcast ein großer Invest ist was auch Zeit aber natürlich auch Geld betrifft das heißt ich habe hier schon wirklich auch Geld investiert in diesen Podcast in das ganze Team um das auch möglich zu machen weil es mir auch wichtig war und mir auch viel bedeutet aber das kann sein dass in Zukunft einfach ich natürlich auch schauen muss wie ich ein bisschen was von diesem Invest auch wieder herein bekomme deshalb könnte es die ein oder andere kleine Werbung in Zukunft geben und ich hoffe ihr seht es mir nach aber ich lebe auch immer nach dem Motto leben und leben lassen und in diesem Sinne sage ich jetzt habt eine schöne Woche viel Spaß und bis zum nächsten Mal zu Let's Talk About Dance Hey Lieben wenn es euch gefällt wenn euch dieser Podcast auch in Videoform gut gefällt dann würde ich mich riesig über ein Abo eurerseits freuen lasst ein Like da kommentiert sagt uns was wir besser machen können was euch gefallen hat welche Fragen ihr habt und klickt die Glocke damit ihr immer benachrichtigt werdet wenn ein neues Video kommt haben ist Vielen Dank.